Dear Colored People, wie alle wissen, Deutschland liegt in der Mitte Europas. Im Laufe der Jahrtausende sind schon viele Völkerschaften durch dieses Land gewandert. Ich erinnere nur an die Römer, an die Kelten, die Wanderung der germanischen Völker im 4. Jahrhundert, die Jogunotten, die der alte Fritz nach Preußen geholt hat, und die vielen Völkerschaften Italiener, Spanier, Griechen und aus dem Osten, die nach dem Zweiten Weltkrieg zu uns gekommen sind. Obwohl die Deutschen ein gemischtes Volk sind, geschah es eines Tages, dass die typischen Deutschen keine Ausländer mehr in ihrem Land dulden wollten. Diese Bewegung erhielt den Namen Klopfer. Da sie ihre Forderungen, wie dieser hypothetische Hase, in dem Film Bunny von Disneyland immer durch Klopfen und Briefe schreiben, ihre Forderungen unterstützen. Eine weitere Bewegung, die in diese Richtung geht, nennt sich Weingesindel. Und ich müsste allen Menschen, die das Wort Wein in ihrem Nachnamen haben, sagen, Wein kommt von Vinum. Neutrum Latein. Also ist gar kein deutscher Name. Sorgen Sie dafür, dass Sie einen deutschen Namen kriegen, wenn Sie schon sich für Weingesindel einsetzen. Als diese Klopferbewegung immer mehr Anhänger fanden und das Klopfen immer lauter wurde, da entschlossen sich eines Tages, alle Ausländer und Fremde wieder in ihre Heimatländer zurückzugehen. Die Kaffeebohnen machten den Anfang. Sie kehrten nach Mittelamerika, in die Karibik, nach Südamerika, Afrika, Asien und Australien, so den pazifischen Raum zurück. Die T-Blätter ließen sich vom Wind nach Japan, China, Assam, China und Malawi treiben. Die Jeans öffneten die Schranktüren und fuhren mit Frachtschiffen nach Amerika zurück. So, sie wurden begleitet von iPhones, von Dell, Hewlett, Peckard, Apple-Computern und Laptops. Auch die Kartoffeln, Tomaten, Maispflanzen, Sojabohnen, Tabakblätter packten ihre Säcke und schifften sich im Bremerhaven ein. Nicht ganz so weit hatten es die Pizzen und Döner, die nach Italien und Türkei abwanderten. Die Weintrauben, die die Römer eingeführt hatten, erinnerten sich an ihre früheren Heimatländer im Mittelmeer. Auch die christlichen Kirchen konnten schließen, denn Jesus flog mit der nächsten El Al nach Israel zurück. Und damit war ihnen die Lizenz, im Namen Jesu hier zu predigen, entzogen. Dieser Afexit dauerte ein Jahr. Sie kennen den Brexit. Bei dem Brexit, da wandern nur die Briten aus. Beim Afexit wandern alle Ausländer und Fremde aus. Die Holländer, die Franzosen, die Spanier, die Afrikaner, die Asien. Alle wandern aus. Das hat ein Jahr gedauert. Zurück blieben nur die Bewegung der Klopfer und das Weingesindel. Alles war so, wie sie es sich gewünscht hatten. Nur, es war wahnsinnig leer in Deutschland. Es gab keine Computer mehr. Die ganzen Kleider, die in Asien gefertigt werden, die gab es nicht mehr. Und es war wahnsinnig langweilig. Denn wo sollte man sich treffen? Die ganzen Restaurants, die Eisdielen, alle hatten geschlossen. Wollen wir in einem solchen Land, wo es so langweilig und leer ist, leben? Fragezeichen. Sie sehen, meine Damen und Herren, auch die Kaffeebohnen haben einen Migrationshintergrund. Auch die Kaffeebohnen haben einen Migrationshintergrund. Auch die machen was mit, nicht nur die Menschen. Und da gebe ich Klopfer recht. Gehen Sie mal in die Altstadt und schauen Sie sich mal die Kaffees an. Die sind überflutet und überschwemmt von Kaffeebohnen. Von diesen kleinen, braunen, schwarzen Dingern. Die ganze Altstadt und die Kaffees sind überschwemmt davon. Schauen Sie sich das an. Und deshalb rate ich Ihnen meinen Appell an Sie, sorgen Sie dafür, dass diese Bewegungen, die Klopferbewegung und das Weingesindel in Zukunft von diesen kleinen Bohnen verschont bleiben. Denn ich bin sicher, wenn Ihnen das Kaffeetrinken verboten ist, lösen Sie sich von selbst auf. Und damit, wenn wir das erreichen, haben wir schon ein kleines Ziel unserer Veranstaltung erreicht. Nichts für ungut. Nach dieser Veranstaltung gehe ich als erstes ein italienisches Eis essen und dann trinke ich eine dicke, große Tasse Kaffee. Die Bohnen kommen wahrscheinlich aus Eritrea oder Peru. So ein richtiger, so ein richtiger Arabiker Kaffee ist doch was Feines. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020